Er macht uns die Beine zu, dass der Hunde weissen kann. Er sieht es gerade dumm auf den Oberkörper und geht in die Arme. Sehr schön! Ich habe mich vielleicht gesehen, es sieht vielleicht so einfach aus. Es ist aber eine sehr happy Arbeit dahinter, einen Hund so konditionieren zu können. Und es ist auch, dass er im Trieb hoch ist, dass er das umsetzt, aber nach dem Licht hörbar ist. Ich glaube, Stefan Matten hat es fast gesagt, dass wir unsere Diensthunde, wir haben zwar unsere angesagten Dienststudierungen, wir haben uns die Zeit zur Verfügung gestellt, aber dass man die Hunde so hinbringt. Ich habe mich nicht gehört! Wir haben nichts gehört! Untertitelung des ZDF, 2020